hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die einfachen Ticket und heute habe ich das Spiel Asur Lane. Ich starte das Spiel, mache Vollbild ein und dann warte ich mal eine Sekunde. Ich habe es schon zweimal probiert, zweimal war der Server da gewesen. Also es könnte jeden Moment passieren, dass hier steht, ich habe das Ticket fertig, obwohl ich es noch gar nicht fertig habe. Na ja, obwohl da steht, ich habe das Ticket fertig, habe ich es fertig. Aber auch nur, weil ich immer wieder wie jetzt das Warten, bis es hochgeladen wird. Ist dran, zaut es an, okay. Wie gesagt, das Warten und dann halt den Download. Der Download dauert ja so ewig lange immer bei dem Spiel. Aber das dauert jetzt schon ein bisschen länger wie sonst. Kommitsch, kommitsch. Na gut, ich mache erstmal Stop und wir sehen uns dann gleich wieder. Ok, und da sind wir wieder. Und dann tue ich mal auf Press to Start. Und ich muss gleich erst mal schnell den Sound wegmachen. Sonst kriege ich wieder eine Verwarnung. Sound wegmachen, Sound wegmachen, Sound, 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 wo bist du? Ah, nicht hier. Ah, ok, danke schön. Back zurück. Und, ah, weg damit. Da ist Setup. Musik, Musik, Musik. Das ist die Musik. Ach, Kringo, Lies machen, wenn es an ist. Ah, ok. Perfekt. Stefan Reddog, das bin ich. So, dann geht es jetzt mal los. Wir haben hier ein N, korrekt? Start. Start. Ok. Start. Ok. Die machen dann in Ruhe weiter, während wir uns um das Anteil kümmern. Schön. Das noch abholen. Voll, voll. Ok. Alles voll. Ja, kann man sich noch hier schön diese Nachrichten anschauen. Ich weiß gar nicht, wofür man das braucht. Ist wahrscheinlich nur so für die Leute halt. Für die Fans. Hier habe ich ein Minispiel. Das ist ein Event. Die ersten drei Runden habe ich geschafft. Zack. Erstmal den ersten Hai. Oh, 400. Und den nächsten Hai. Ich darf diese Charaktere nicht angehen, weil die gehen Minuspunkte. Findet Nemo. Ich habe ihn gefunden. Am besten ist natürlich hier das Gold. Ganz knapp daneben. Und das gibt da nochmal extra Zeit. Jawohl. 20 Sekunden. Gut, ich habe sie nicht erwischt. Ah, Mist. Minus 100? Minus 80. Nichts. Ein Griff ins Leere. Ach, daneben. Kriege ich den da? Ach, auch daneben. Ich bin ja kein guter Angler. Ich habe das Gold erwischt. 300. Und kriege ich noch. Super, 180 noch. Oh. War es zu wenig gewesen? Hm. Kein Problem. Geh mal weiter. Also das war gerade das Event. Memory. Ui. Da habe ich was voll. Da steht was. Die Hau noch anklicken. Und Musik anklicken. Musik habe ich allerdings ausgemacht. Okay, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Öl loswerden, weil ich habe viel zu viel Öl. Das hat man wie gesagt, 3, 4. Nee, das schaue ich nicht. Weekly habe ich auch 2 fertig. Boah, ich habe mir die letztes Mal nicht abgeholt. Building 3 ships. Okay. 3 Stück am Bauern. 2. Okay. 3 Schiffe ausgebildet. 1 Schiff ausgebildet. Weekly habe ich auch was fertig. 1 Schiff. Geh wieder auf Dailies. Swat and Uptrain. 15 Victories. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Ja, und mal wieder. Kranke Magen. Folge 3 machen. Viel schöner. eine schwere ich würde mal sagen wir gehen zurück auf kann ich zurückgehen das ist nichts für mich nur 1 1 a1 wie schwer sind denn die hier 1 2 3 4 5 6 1 sind doch neu oder nicht ich gehe mal zurück da auch zurück 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 ganz zurück da auch zurück ich klicke hier einfach mal wild rum keine ahnung irgendwas kommt schon bei rum gut da ist er jetzt bei bilden da muss ich doch auf bilden gehen kann ich hier nicht aufleveln ein paar aufleveln dann kann man die auch sortieren nach namen oder nicht alle 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 ist das das schau mal die haben wir ne das ist ein level in Chicago habe ich hier oben noch eine Chicago da oben also das war es schon mal nicht Main DD alle alle aus hier vielleicht also mal wir schon hier wir haben wir haben Da ist Chicago auch nicht, aber es kann sein, weil die einge... in einer Dingens sind. Formation, genau. ... ... ... ... Das ist die zwei. Ich glaube da kann ich alle löschen war das. Genau, nur bei eins geht nicht alle löschen. Dann werde ich da einfach nehmen, die habe ich nur einmal auf jeden Fall. Oder? Ne, die habe ich da auch nochmal dreimal. Die habe ich nur einmal. Habe ich die jetzt reingesetzt oder nicht? Natürlich nicht. Und hier ist die drinnen. Habe ich denn die? Da unten ist dabei. Habe ich die? Kent. Mit dem blauen Hintergrund. Kent, Portland. Kent habe ich. Chicago habe ich. Foxhound habe ich glaube ich auch. Da. No Thumpon. No Thumpon. Habe ich auch doppelt. Die habe ich auch. Die habe ich nicht doppelt. Gut. Eigentlich kann ich immer episch nehmen, weil ich glaube Z46. Ne. Das sind nur noch die grauen. Gut. Dann nehmen wir sie. Okay. Da könnte ich irgendwo eigentlich auch ein episch nehmen. Gut. Machen wir so. Okay. Jetzt gehen wir zum Building. Aufleveln. Hier ist die stärkste. Fangen wir mal unten an. Das sind die grauen. Da kann ich nicht so viel kaputt machen. Ich habe auch 150 von 150. Also ich muss was machen. Hermes versand. Okay. Hermes. 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 Da ist Hermes. 1 Stern. 1 Stern. Maximal 5 Level kann ich machen. Dann bin ich auf 150. 2 Level. Angriff habe ich dann auf 5 Level, was für ein Level habe ich dann? Wow! 8 Level. Ne. Ne. Ok. Dann haben wir die Mrs. Hermes fertig. 21. Wie hieß die Nummer? Sof. 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 Und Sub-Shiree, Sub-Shiree, da ist sie. Geht dann auch noch weiter. Aber wo steht hier das Level immer? Sie war jetzt in Level 26. Immer noch Level 26. Chicago. Das geht natürlich auch noch weiter. Die haben wir nur einmal, dann nehmen wir auch die. Wo ist sie? Wo ist er? Ich sehe die nicht. Heißt, dass sie schon komplett ausgebaut? Ach, da ist er. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Ich kriege wieder Platz. Die muss ich mir aufheben. Weil mit denen kann ich den anderen irgendwie Sterne geben, aber ich weiß es nicht mehr wie. I-56. London. Warum sind denn die vier in der... Hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. I-25, das war I-56. Nee. Portland. Portland. Haben wir? Haben wir? Portland. Wo bist du? Da. Portland. Und die nächste Person. Juno. 20. Ist die stärkste. Juno. Da gibt es noch vier weitere. Juno, Juno. Da. 1, 2, 3. War es insgesamt noch vier? Ja. Juno. Gut. Dann haben wir die auch schon mal. Dann haben wir jetzt die hier. Daunis. Daunis. Ganz oben. Gut. Weiter geht's. Kassin. Dreimal. Kassin. Dann nehmen wir jetzt die hier. Craven. Craven. Hm. Ja. Nichts, was wir gekriegt. Ach, die ist schon auf Max. Deswegen. Ich glaube, dann habe ich da einen Fehler gemacht. Aber oben ist sie noch nicht auf Max. Also ich kann auch mehr FP kriegen. Dann nehme ich jetzt McCall. Ist die hier. McCall. Ich gehe jetzt hier mal so nach der Reihe. Danach kommt Foodie. Und wechseln. Und wechseln. Dieser Foodie ist die hier. Die habe ich gesichert. Und jetzt kommt Spencey. Die ist gesichert. Und jetzt kommt Spencey. Die ist gesichert. Spencey. Spencey. Jetzt kommt Omaha. Die ist gesichert. Spencey. Jetzt kommt Omaha. Die ist gesichert. Für welche Fraktion die kämpfen. Vielleicht habe ich nur die eine. Oh, da habe ich Pensacola. Oh, nice USS die habe ich auch nur einmal, Nevada, Oklahoma und war aber auch viel, dafür dass nur ein Charakter das war jetzt kommt die hier Longley, Level 3 anscheinend habe ich mit dir noch nicht so viel gespielt Longley Ranger zwei Rangers Ranger Beach Bulldog Comet C C C C C Es geht doch Comet Dann haben wir sie hier C 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